Das kommende Semester planen wir vor allem die Grillfeier, die wieder im Sommersemester stattfinden wird und die wir gemeinsam mit der ALT-TWI Hochschulgruppe organisieren werden. Wir von der FS-Info wünschen allen Studierenden viel Durchhaltvermögen in der Prüfungszeit. Also im nächsten Semester werden wir den Karriere-Tag an der Juristischen Fakultät haben. Das Motto ist mein Weg in die Zukunft, dazu sind auch Referenten geladen, die Einblick in ihren Berufsalltag geben, vor allem auch in Berufsfeldern, die man als Student vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, wie die Karriere an der Universität, also wenn man einfach an der Universität bleibt und als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig wird. Des Weiteren werden wir die Hochschulwahlen vorbereiten, dazu werden wir eine Liste erstellen, wer sich aufstellen lässt und als Kandidat für die Fachschaft auftritt. Und abschließend wollen wir allen Studierenden viel Erfolg bei ihren anstehenden Klausuren wünschen. Die Fachschaft Wirtschaft plant für nächstes Semester hauptsächlich zwei große Veranstaltungen. Einmal wäre das die Pragfahrt, zu der ihr herzlich eingeladen seid. Da geben wir euch noch den Termin bekannt und die lange Nacht natürlich, pünktlich zur Prüfungszeit, wo wir euch dann wieder mit gewissen Workshops und Snacks verpflegen. Ja, ansonsten sind noch weitere Veranstaltungen geplant, zu denen verrate ich aber noch nichts. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch, euch schöne Ferien zu wünschen. Erholt euch gut und wir sehen uns im nächsten Semester wieder. Seit dem letzten Flash hatten wir viel zu tun mit der langen Nacht der Kulturen und wir haben uns natürlich ganz stark auch mit den Klausuren auseinandergesetzt, nicht nur mit unseren eigenen, sondern auch damit, dass viele drei Klausuren an einem Tag hatten. Da konnten wir jetzt leider kurzfristig nichts erwirken, dass sich das ein bisschen auflöst, aber wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, auch nächstes Semester noch, und werden uns versuchen darum zu kümmern, dass sowas nicht mehr vorkommt, dass Leute drei Klausuren an einem Tag haben. Im nächsten Semester werden wir wieder ein, zwei Lehrstühle neu besetzen müssen, da werden wir dabei sein. Und sonst bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir sehen uns im Sommer vielleicht sogar genau hier.